was geht ab meine lieben freunde und herzlich willkommen world's finest gamer am start und in diesem video soll es um die acht neuen spezialfahrzeuge des import und export dlcs gehen ich werde sie euch alle in diesem video vorstellen und ich werde euch sagen bei welchem fahrzeug ihr unbedingt zuschlagen müsst und von welchem fahrzeug ihr bloß die finger lassen solltet bevor ihr euch jetzt aber eines dieser fahrzeuge kauft kann ich euch echt nur ans herz legen spielt die auto missionen des dlcs denn dann schaltet ihr immer wieder neue special missionen frei jedes special fahrzeug hat nämlich seine eigene special mission und wenn ihr diese dann abgeschlossen habt könnt ihr euch dieses special fahrzeug dann für den einkaufspreis kaufen und da könnt ihr teilweise millionen gta dollar sparen aber kommen wir nun einmal an dieser stelle zum ersten special fahrzeug beim ersten spezial fahrzeug handelt es sich um den ramp buggy und dieses fahrzeug ist der dune buggy nur mit einer fetten rampe vorne dran dieser kostet 3,2 millionen dollar wenn ihr die special mission noch nicht gemacht habt und wenn ihr diese einmal gemacht habt kostet er dann nur noch 2,4 millionen dollar mit diesem fahrzeug könnt ihr jedes auto problemlos wegramm und die autos liegen dann einfach nur noch richtig krass weg jedenfalls könnt ihr mit diesem fahrzeug sogar ins los santos custom reinfahren und dieses fahrzeug dort drinnen auftunen was dieses fahrzeug einfach noch geiler macht dieses fahrzeug bekommt von mir eine klare kaufe empfehlung weil es mir einfach so viel spaß gemacht hat mit diesem auto in einer open lobby rum zu fahren das nächste fahrzeug ist der phantom rage dieser kostet normal 2,5 millionen dollar und mit rabatt 1,9 millionen dollar hierbei handelt es sich um einen lkw truck der vorne auch eine riesige rampe dran hat allerdings hat dieser truck mich null überzeugt er ist langsam er hat kein handling und er sieht hässlich aus und der preis ist meiner meinung nach einfach viel zu teuer angelegt außerdem kann man an diesem fahrzeug nichts im los santos custom verändern und von daher finger weg von diesem fahrzeug das nächste fahrzeug was ebenfalls keine kaufe empfehlung von mir bekommt ist der wasteländer dieser kostet 650.000 dollar beziehungsweise 495.000 dollar allerdings ist der wasteländer wohl das schlechteste special fahrzeug was es im spiel gibt er ist hässlich er hat kein handling und er kippt ständig um außerdem kann man auch am wasteländer nichts im los santos custom umtunen so dass wir immer wieder diese hässliche farbe auf dem fahrzeug sehen müssen was mich auch traurig macht ist dass man hinten keine autos auf dem wasteländer transportieren kann sowie in der special mission des wastelanders denn dort mussten wir dann einen ruiner 2000 drauf transportieren hätten wir das jetzt auch mit diesem fahrzeug in einer open lobby machen können hätten wir ganz einfach unsere auto mission ganz leicht beenden können und die autos hätten hinten drauf keinen schaden genommen allerdings kann man das leider nicht machen und von daher bekommt dieses auto ganz klar keine kauf empfehlung von mir das nächste special fahrzeug ist der gepanzerte box will der preis liegt hier bei 2,9 millionen dollar und bei 2,2 millionen dollar dieses auto hat vorne auch wieder eine fette rampe dran und auf dem dach eine mg dennoch gefällt mir dieses fahrzeug einfach nicht ist es hässlich es hat kein handling und es ist scheiße langsam auch dieses fahrzeug können wir nicht im los santos custom umtunen und von daher bekommt dieses fahrzeug von mir keine kaufempfehlung das nächste special fahrzeug ist der karing technical aqua dieser kostet 1,5 millionen dollar bzw 1,1 millionen dollar hierbei handelt es sich um den stinknormalen karing technical mit der mg hinten drauf den wir ja damals auch schon im heiß dlc bekommen hatten die besonderheit hier bei diesem technical ist aber dass wir mit diesem technical auf dem wasser fahren können jedenfalls sieht das ganze echt atemberaubend aus und man kann dieses fahrzeug sogar im los santos custom auf tunen und deshalb gönnt euch dieses fahrzeug und habt spaß damit wenn ihr die nächste jacht von anderen spielern mit diesem technical angreift das nächste special fahrzeug was ebenfalls auf dem wasser fahren kann ist der blazer aqua dieser süße einsitzer kostet 1,8 millionen dollar beziehungsweise 1,3 millionen dollar und wie schon gesagt dieser blazer kann auf dem land fahren und eben auch auf dem wasser aber das ist noch lange nicht alles er hat vorne maschinengewehre dran die ihr abfeuern könnt er ist schneller als der technical und er hat ein echt gutes handling außerdem könnt ihr diesen blazer im los santos custom auftunen und deshalb bekommt diese kleine karre auf jeden fall eine klare kaufempfehlung von mir beim nächsten special fahrzeug handelt es sich um den rocket voltic dieser kostet satte 3,8 millionen dollar beziehungsweise 2,8 millionen dollar hierbei handelt es sich um den normalen voltic den wir ja schon im spiel hatten aber eben befindet sich dann hinten auf dem voltic noch eine flugzeugturbine diese sorgt für einen richtig heftigen boost mit dem das auto richtig schnell wird diesen zündet ihr ganz einfach wenn ihr die l3 taste drückt allerdings solltet ihr mit dem auto mal eine rampe fahren und dann den boost zünden und ihr werdet extrem weit und extrem hoch fliegen da kam echt mancher katapult glitch gegen einpacken ich glaube ich hatte mit keinem auto jemals mehr spaß in gta online seitdem das spiel rauskam außerdem kann man dieses fahrzeug auch im los santos custom auftunen und von daher bekommt dieses fahrzeug trotz seines preises eine klare kaufempfehlung das letzte special fahrzeug ist aber definitiv das teuerste fahrzeug was es jetzt in gta online gibt nämlich der ruiner 2000 also das nightrider auto dieses auto kostet 5,7 millionen dollar beziehungsweise 4,3 millionen dollar das auto ist einfach nur krass es hat acht ferngesteuerte raketen es hat maschinengewehre und es hat einen fallschirm diesen könnt ihr ganz einfach in der luft mit der x-taste öffnen und dann könnt ihr ganz einfach durch die lobby mit dem auto rumfliegen außerdem kann dieses fahrzeug auch noch springen was eben richtig spektakulär ist dieses auto könnt ihr außerdem auch noch bei los santos custom auftunen und es ist eines der geilsten autos die jemals in gta gefahren habe auch wenn das ganze nicht mehr viel mit gta zu tun hat wenn ihr auf jeden fall das geld habt gönnt euch das auto und habt einfach nur spaß mit dieser krankenkarre ok leute das waren nun alle neuen special fahrzeuge die mit dem import und export dlc neu in gta online hinzugekommen sind ich hoffe das video hat euch gefallen und wenn dem so ist lasst dem video auf jeden fall einen like da da dieses video richtig viel arbeit war schließlich habe ich in diesem video nur rockstar editor aufnahmen benutzt und wenn ihr das video geliked habt sehen wir uns dann im nächsten video wieder bis dahin macht's gut bleibt gesund haut rein und ciao